zurück zu Tick hört heute sind für Prozent wieder zu zweit also ich und der sie lieben viel Spaß wo er es war nicht überstehen geblieben konnten ja auch gut kreft die Deutsche Parimas noch mal ein bisschen Prozent die wir uns unseren Diener werden wir sind in den Rathau der Strom produziert für den Extraktor es war es ich habe die falsche Hensel ich würde sagen ich noch mal ganz klar wie nicht meinen ich habe schon gerade so auf der Skelett Prozent was wolltest du im Projekt hätten ich nix doch weiter ein Redstone brauchen wir noch was wollen wir machen Elektrik Fernandes oder was anderes Maserat neben elektrischen Ousen worden der Ehelektrik von Prozent mit Tüttchen und sehr an Römer ganz viel Redstone auf jeden Fall nicht gleich ist ein bisschen Kabelsturm das Loch vom letzten Mal wieder irgendwie geht die Hensel Prozent das das ach diese Hens oder z.B. jetzt haben wir eine Röhr wie er zu holen so wie es ist nun bis in die Uhr und noch ein paar Rohstoffe zu suchen und wir haben 32 Marble Brick Covers und die die brauche ich dann mal für wenn wir ein automatisches Pipesystem haben dafür nehme ich die dann mal weil ich erstmal würde ich also diese Marble Brick Cover damit hat man die sozusagen ich glaube 8 mal durchgeschnitten ne 4 mal glaube ich bloß hat man dieses einen Stein halt 4 mal durchgeschnitten ist halt so klein geworden und so Pipesysteme sind halt so ne Rohre das nennt so Wasserrohre ähm und so ne Rohre mit dem man Items transportieren kann und das, ganz ehrlich, das fang ich jetzt schon mal an ne, ich will das erst später zusammen und dass Leute das auch sehen ja das ist so leicht ok, ne ich fang schon mal an im Holz zu formeln ne gut für die Kisten ich hätte Fackeln mitnehmen sollen ich hab welche ok 31 ja, aber ich komm mal zu dir runter wenn du welche brauchst holst du die Leute, von heute erinnern ich muss mich in meinen Fackeln zu bringen äh, wo bist du? in der Mine ok, warte ich komm runter danke komm mir ein wenig entgegen ich hab schnell ne Hülle gehört jo, danke ok so ok so 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 auf jeden Fall wir in den Weltuntergang überlebt ja na ja 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 Prozent wir haben ein bisschen fröhlich hin und her Prozent Prozent Kürzer auf und ich habe es aber ich habe aber gefunden er ist mir um die Erwachsenheit Soll ich schon mal so ein Haus bauen, wo wir dann das Pipesystem reinbauen können? Warte, ich komm gleich hoch und helft dir, denn dann können wir das wie zusammenbauen, dass die Zuschauer auch mit sich was mitkriegen. Und da haben wir einen Emerald gefunden. Ja, haben eigentlich nur den Sinn für Rüstung, Blöcke und Crafting. Er enthält ja für Werkzeuge. Ich hab Redstone. Wie viel? Weiß ich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Auf jeden Fall ein bisschen. Oh, ein bisschen. Mindestens 20? Ähm, ich bin grad bei 30. Oh, okay, das ist gut. Ja, weil dann kann man auch den Electric Fernands machen. 48 hab ich. Ah, das hat reicht. Hoffen wir's mal. Ich hab schon wieder Lava. Komm, gleich hoch. Ja, ich hab, oh, ich hab Kohle. Ich hab, ich glaub Silber und Kohle. Schlechte Idee. Ja, ich komm mal wieder hoch. Ja, wir haben gemeint und haben ein bisschen Blättern gefunden. Zack. So. So, ich hab schon mal 14 Kisten. Ja, gut. Soll ich den eben bauen? Ne, ja, kann's machen. Ich schau noch schnell. Wenn wir in die Zuschauer das auch mal eben. Ich mach dir schnell einen Iron Fernand zu kriegen. Oder haben wir den nicht schon? Ne, ich baue einen Iron Fernand. Soll ich den eben bauen? Ja, ich hab auch nicht mehr vorhin gehabt. So. Ja, schlecht Idee. Da war es ganz... Ja, egal. Bromidisch droht. Bromidisch droht. Oh, wir brauchen wieder Strom. Ich mach schnell. Cool oder so ein Vater. So, äh, wie Baum, wie Baum, wie Baum, wie den überhaupt. Kohle. Ich glaube, ich hab auch verschiedene Mord, ne? Ähm, ein Redstone muss danach hin, dann hast du dieses Ding. Ähm, Iron Fernand in die Mitte. Redstone links. Ich hab grad selbst gesehen. So, ähm, er solltbauen und so wie dann seine elektrische Schaltkrebs, die wir schon kennen. Dann nehmen wir hier und den Ofen hin. Den Roman Eisenofen. Komm, okay. Rechtslinks ein Redstone. Dann bekommen wir unseren elektrischen Ofen. Warte mal kurz. Der auch mit Strom läuft. Hier. Spitzagel. Warte. Spitzagel. Hast du eine Spitzagel? Warte, warte. Ich hab grad abgebaut. Achso. Wann nehm ich für dieses Ding hier? Sprung mir erinnert, oder? Würdest du einfach mal, Bartmann, uns ein eigenes Haus zu bauen, oder? Ja, wenn man dieses... Ja. Ja. Okay, dann fang ich schon mal an. So, jetzt haben wir hier unseren elektrischen Ofen. Ähm, lass mal die Wände, äh, drei Felder groß machen. Dass wir in der Mitte einen frei haben, wo wir dann später Stromkabel und so lang legen können. Ja. Das Haus können wir doch auch verlängern, einfach. Ne, ich würd sagen, dass... Ne, das Haus... Ich würd sagen... In Keller bauen. Ja, wie groß soll... Wie riesig soll der Keller werden? So. Ja, wir können noch einen Maschinenkeller machen. Das wär doch auch cool. Schau, was ich hier hab, was ich hier hab. Ja, gib mal so'n Ding her, dann kann ich mal erzählen, was das... Hier. Ja, diese Dinger wurden jetzt halt durchgetrennt, die kann man jetzt hier halt hier überall ran setzen. So Fenster. Kann man die auch hier so ran setzen. Das ist zum Beispiel immer geil. Achtung, Creeper. Wo, 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 wo. Ich glaub vor der Tür ist jetzt einer. Äh. Ah, ne, sind doch bewohner. Ja. Das ist gut. Ähm. Der elektrische Ofen. Der brennt, ich glaub... Wie viel schneller brennt der? Weiß ich nicht. Lasst wir... Wir haben noch ein Sticker Riesen. Lass das mal da drinnen später für, äh... Das hab ich nur noch benutzt. Wir machen eh das Rubberwort, also... Soll ich da noch mal ein bisschen was holen von? Ja, du... Weißt du, wo's ist? Ja. Ich weiß, wo man's kriegt. Hast du noch Eisen bei dir? Ne, ist alles in der einen Kiste. Okay. Oh, oh. Was ist denn? Ich glaub, du musst mich nur mehr OP'n. Hast du kein OP? Ah, doch. Passt schon, passt schon. Also, du teleportierst dich nicht, ne? Ne, weil ich hab... Ich konnte grad keine Leitern hinbauen. Hier hast du noch 33 Eisen. Brauchst du was? Ne, ich hab. Achso. Fackeln? Nimm Fackeln mit. Falls Nacht wird, oder was? Mhm. Hier liegen welche. Ach, warte, ich hab's wieder aufgenommen. Da. Wir haben noch 34 Kohle. Wird sagen, lass die Kohle eventuell erstmal hier. Dann können wir vielleicht Holz nehmen einfach. Ah, ich weiß, was ich mach. Und zwar ein Cameroon...